Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Entlistet. Heute spielen wir noch das zeitlich begrenzte Event Sea Predator und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Die Belohnungen sind etwas überschaubar. Es gibt hier so ein paar Bildchen und so ein paar Dekorationen für Spielern und so ein paar andere. Das interessiert mich auch gar nicht. Was aber natürlich geil ist, man hat die ganzen Truppen, die man hier dementsprechend nutzen kann, sind alles Elite. Heißt, die sind alle bis zum Erbrechen vollgepumpt mit geilen Nippes, also bei den Japanern wie auch bei den USA dann halt. Und wir haben jetzt mal die Gelegenheit, so die Creme de la Creme der Bewaffnung auszusuchen. Und ja, das machen wir. Wir gucken uns heute eine Fraktion an und falls das High Caliber Update nicht vorher kommt, gibt es dann die nächste Folge, dann die andere Fraktion, dass wir dabei jetzt einmal gesehen haben. Ich habe es ein paar Mal gespielt und es ist echt geil, da sind ein paar geile, geile Waffen mit dabei. Und da die Suche hier mal relativ lange dauert, mache ich hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück hier im Pazifik. Wir spielen die Alliierten. Genauer gesagt, hier in dem Fall ist es eigentlich nur die USA, Neuseeland, Philippinen. Na doch, die Alliierten. Machen wir es einfach. Wir starten mit den Pionieren hier. Wir müssen mal gucken, die ganzen Dudes kommen von da. Deswegen ist doch so eine MD-Störung schon mal nicht verkehrt. So. Ja, wie ich ja am Anfang gesagt hatte, ne, die, ähm, Truppen, Truppen sind ja schon die Squads, die man hier hat, die sind halt, ja, ja, komplett voll ausgebaut, also da ist die Creme de la Creme de la Bewaffnung und ähnliches mit dabei. Und, ähm, das ist natürlich ganz geil. Also kann man auch wirklich mal die anderen Sachen mal so antesten, die es da so alles gibt und so. Oder auf was man da noch hinspielen kann. Gucken wir mal, ob wir hier vorne noch schnell ein Spawn haben. Das ist zu nah für ein Spawn, nur. Guck mal auf die Tür. Ähm, ne, das ist kein Spawn. Das ist ein Spawn. Ne, das ist zu nah. Hier hinten können wir einsetzen. Da wird wahrscheinlich gleich von der Art in der Regel zerlegt. An die Bomber kommen rein. Okay, ist egal. Ne, immer am Limit. Ich finde das ganz cool mit den Events. Das ist jetzt mein, ähm, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es so die Events schon vorher dementsprechend gab, wie das jetzt hier, wo man, äh, wirklich schon so eine sehr guten Waffen bekommt. Toll. Ach, das geht schon. Mensch, mach doch das Ding doch mal jetzt hier weg. Nochmal von vorne. Die ist jetzt wieder kaputt, Martin, ne? Ist das sehr belastend. Ja, dadurch, dass jetzt hier jeder natürlich auch, äh, Luftschläge, Artillerien, sowas rufen kann, ne, kommt das hier sehr häufig vor, dass es die ganze Idee noch rust. Hm. Und, ähm, versuchen wir auch mal so einen Luftschlag zu starten. Das ist ein Junk. Da kommen wir nicht durch. So, jetzt aber jetzt nur noch mal was machen. So, jetzt haben wir auch die Sprenggranaten, Bombenangriff und Rauchgranaten. Ich hoffe jetzt mal, dass ich mit so einem Luftschlag auch mal was treffe. Bisher ist mir erst gelügt, ein oder zwei Kills damit zu machen, was natürlich sehr wenig ist im Verhältnis zu dem, was man mitunter erreichen könnte. Wenn man manchmal so sieht, der ein oder andere macht da so einen, äh, holt da so einen Luftschlag und macht da erst mal so 10, 15 Kills. Oh, da hinten ist ein Kachi. Macht mir sehr viel Spaß, die Dinger kaputt zu machen. Aber dazu sind wir nicht richtig ausgerüstet. So, das sind meine Bomber. Also ich finde solche Events immer ganz cool. Gerade das jetzt hier, wo man halt auch so ein neues Equipment und so was austesten kann. Ähm, jetzt wo ich euch die amerikanische Seite zeigen kann, würde ich... Was ist denn da passiert? Äh, würde ich euch dann beim... In der nächsten Folge, sollte das... Äh, High Caliber Update nicht vorher kommen, würde ich euch dann die japanische Seite dann auch noch zeigen. Also entweder wird das in der nächsten Folge oder übernächsten Folge... Ach, verdammt! In der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem... Weil die Japaner haben auch ein paar coole Spielzeuge. Ach genau, hier ist mein neues Lieblingsmaschinenwerk, was ich unbedingt freischalten möchte. Das Ding ist mega geil. Ach ja, da ist der LVT. Da war der LVT. Ist auch so ein Amphibienpanzer und ich finde den sogar besser als den Kachi. Der Kachi, der ist, ähm, super groß, kann schwimmen. Hat kein Turm-MG. Ist halt eine super Ziehscheibe, ne? Also ich mach die Dinger gern kaputt. Ach, verdammt! Wieso musste der mich sehen? Du hast nur Phosphor, ne? Ah, blöd. Weiß ich, kann ich dir mit... Phosphor was an? Ist ja egal jetzt. Ach! Also hier geht's generell etwas heftiger zur Sache. Weil alle jetzt natürlich so eine geilen Waffen haben. Und nicht nur diejenigen, die schon längere Zeit dabei sind. Hä? Wo, wo, wo ist der hin? Hä? Bin ich an dem vorbeigerannt? Ja, ich, ähm, das mit den Flugzeugen hier, das kriege ich nicht auf die Reihe. Also ich zeige euch jetzt, warum. Ich werde wieder abstürzen. Egal, ob ich jetzt mit den, mit der japanischen Maschine oder hier mit der Aichi ist das, glaube ich, starte. Ich kriege die Maschine nicht in die Luft. Wir sind ganz normal auf dem Rollfeld. Ne? Ihr seht, alles geht. So, zack, wir beschleunigen. Und ich ziehe die Maschine nach oben. Und aus irgendeinem Grund zieht sie nach links. Und wir stürzen nicht ab. Moment. Ja. Okay, das ist interessant. Ich weiß nicht, warum. Ich kriege diese Maschinen nicht hoch. Ich habe kein und was, was da passiert. Dasselbe passiert mir auch mit der japanischen. Ich starte, falle oben runter, krache gegen das, äh, Haupthaus, äh, explodiere einfach just for fun. Ich hatte mal das, äh, Glück gehabt und war auf dem Flugzeugträger wieder, äh, respawnt. Und stand dann einfach und habe mir die anderen angeschaut, die mit den Maschinen gestartet waren. Und es sind fast alle abgestürzt. Also, keine Ahnung warum, vermutlich braucht man da mehr Training oder so. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Seid ihr schon mal so eine Maschine gestartet? Vielleicht sogar hier in diesem Event. Wenn ja, was mache ich falsch? Das würde mich hier echt mal interessieren, aber ich, ich kriege es ja echt nicht hin. Habt ihr ja gesehen, sind ja auch gerade gestartet und dann ging die Maschine runter. Dabei habe ich es ja nach oben gezogen. Tja, aber punktetechnisch habe ich, äh, nichts gemacht. Das ist, äh, mehr als schlecht, möchte ich mal sagen. Nehmen wir es mal ausbaufähig. Mal klar. Ja, wir können ja mal gucken mit dem LVT, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Den spiele ich auch ganz gerne bei War Thunder. Nicht die Version, sondern eine andere Version. Schön laut hier. Das Ding hat wenigstens ein MG oben drauf. Gut, man kann hier oben rausschauen. Alles das, was beim Kachi nicht geht. Und er ist so kleiner als der Kachi. Halt und stehen bleiben. Ja, aber mit der Zielverrichtung komme ich nicht so ganz klar. Diese ganzen Punkte mache ich mich ganz kirre. Gibt die jetzt da im Haus drin, oder was? Noch mehr Bomber. Ja, das mit den Bombern ist ein bisschen nervig hier. Weil, wie gesagt, jetzt halt jeder rufen kann, ne. Und du hast hier sehr viele Bomber. Klar, jeder möchte das halt auch gerne mal austesten. Für mich war es ja auch neu. Ich treff nix. Es ist so, als würde ich das mit Absicht machen gerade. Kann man mit der Müll ins Wasser. Hab ich auch noch nicht gemacht. Weh, du säufst jetzt ab. Yeah, wir schwimmen. Juhu. Oh, wenn das so weitergeht, wird das eine sehr kurze Folge anscheinend. Ähm. Warum, warum kann ich denn da nicht weiterfahren? Hä? Oh, jemand schießt auf mich. Oh, komm schon, ey. Ich tuckere doch nur mit meinem Panzer hier rum. Und aus irgendeinem Grund kann ich davor nicht weiterfahren. Er dreht sich nur noch im Kreis. Also die Vorstellungsrunde in diesem, äh, von diesem Event hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Ja, danke. Das hab ich noch gebraucht. Na ja, das ist halt der LVT. So, der ist jetzt kaputt. Ohne Besatzung kann ich das Ding natürlich nicht steuern. So, der ist jetzt so schlecht. Hab ich noch nie gespielt. Muss ja schon sein, dass ich mir richtig peinlich Och mann, ey, zumal Also Heute gehen doch alle schief Ist hier mal meine Waffe für mich oder Munition oder sowas? Hey, wenn nicht mal einer mischt Ne, das läuft halt alles überhaupt nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte Aber Das mache ich Also Da bleibe ich aber in meiner Linie treu Dass ich halt auch solche Runden dann halt zeige Wie in anderen Spielen genauso Kriegen wir falsch an? Ne Ähm, wenn's dann halt mal nicht läuft, dann Tja, dann zeige ich das halt auch Ich find's nicht immer nur blöd, wenn die Leute immer nur die guten Runden halt zeigen Weil du hast nicht immer gute Runden Egal welche Spiele Und dasselbe mache ich halt auch bei Chivalry oder halt auch damals bei Apex oder weiß der Geier was Von daher kriegt ihr jetzt halt auch mal so ne Runde zu sehen Okay, das wäre übertrieben Lad nach, oh Mann Ich wollte mit der Rakete eine reindrücken Ich war jetzt komplett überzogen, aber ist egal Ich bin ehrlich Ich bin etwas froh, dass sie uns zurückgeworfen haben So geht die Runde ein bisschen länger Und ich kann versuchen, noch ein paar Punkte zu holen Was, ich kriege hier überhaupt nichts hier, Leute Das lief vor der Aufnahme deutlich besser Oh, jetzt kommen wir jetzt zu meinem Lieblingshobby So einen hab ich noch nicht abgeschossen Komm schon Ach, verdammt, die gehen da neben, ne Nein Mist Ich glaube, das wird doch nicht mehr besser Wackel, wackel, wackel So Jetzt haben wir zumindest mal einen erwischt Damit war es das auch schon wieder Ich bin ehrlich Ich musste mich gerade echt konzentrieren, ne Um die drei zu erwischen Komm weg da, du wirst beschossen Ich hab's dir gerade noch gesagt Jetzt kracht hier auf alle Dauer So, ich würd's gerne nochmal versuchen, die Maschine abzuschießen So müsste sie nochmal in unsere Richtung kommen Okay, ich wollte da gerade hochklettern Ich glaub, das lass ich lieber Ja, die kommt wieder Die kommen immer wieder Okay, davon scheint gar nicht was los zu sein Ist ja uncool So, hier geht's ganz schön zur Sache in diesem Event Was auch irgendwie mal auch ganz geil ist Muss ich sagen Das kann natürlich auch mal ein bisschen frustrierend Nimm doch mal den Kopf da weg, ey Das kann natürlich auch mal sehr frustrierend sein, wenn Ui Ähm Wenn's dann halt mal nicht so läuft Klar Ich denke, wir alle kennen das Aua 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 Klar Ähm Joa, ich glaub wir haben alles getestet, ne Das mit dem Flugzeug, das machen wir nicht nochmal Das geht nur nach hinten los Aber wir können ja mal gucken, ob wir jetzt mal was mit den Bombern reißen Mal irgendwie auch mit der Artillerie, ist mir auch egal Zu spät Ne, dann gehen wir erstmal Richtung Okay, das war interessant Gehen wir Richtung Strand, bevor wir da Ja, geknüppelt werden So, hier sind wir zumindest außerhalb des Radius Schauen wir mal Kann ich denn Bombenangriff rufen? Ja Vielleicht kriegen wir jetzt mal einen Treffer mit den Dingen Wär mal ganz geil Warte mal, einer von euch hatte dieses geile MG hier, ne Genau Komm runter Das ist zu, mein Weg So macht das kein Sinn Was macht der denn da? Äh, das sind nicht unsere Bomber Schnell weg Schnell, lauft Sicher, sicher Die KI haben es im Übrigen verbessert Die, ähm Halten sich jetzt immer so ein bisschen an den Gruppenführer Das heißt, wenn man sich hinlegt Legen sich auch noch bei einem in die Nähe Nutzen jetzt auch mal Ähm Hier im Verbandskasten Oder halt auch mal im Flammenwerfer im Nahkampf Ähnliches Und, äh Stehen nicht einfach immer dumm in der Gegend Drum, wenn man selber irgendwo jetzt gerade in der Ecke hofft Oder so Das macht sich auf jeden Fall schon positiv bemerkbar Möchte ich mal sagen Äh Oh, jetzt haben die gar nichts von sie wollen Hey, wir haben auch was getroffen Ich habe jetzt zwar nicht gezählt, wie viele, aber es waren Mehr als fünf würde ich sagen Und vor allem heilen die Sanis jetzt auch ihre Leute Ja Ich habe den rechts gehört Und weiß auch nicht, was mich da geritten hat, mich da hinzulegen Hallo Auf Oh, verdammt Versuchen wir es nochmal mit dem LVT Die haben immer noch 210 Dudes Aber bisher halten wir sie relativ gut weg Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut Punktetechnisch, äh, reden wir nicht drüber Irgendwie wird das heute nix Vielleicht hätte ich heute doch lieber, äh, was anderes spielen sollen So Zeigt euch mal Wo seid ihr denn? Wer möchte eine Kopfnuss haben? Okay, da schießt jemand auf mich Aufhören bitte Okay, da gehen gerade ganz schön die FPS-Baden Das ist nicht gut Äh, wollte da aufsitzen, welche? Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ne? Mir gefällt das aber richtig gut, äh, dass man hier durch Häuser schießen kann, durch Holz schießen kann, durch, ähm, Bäume schießen kann, durch, ähm, Bäume schießen kann, oder? Das gefällt mir immer noch richtig gut Ich dachte, ich habe jetzt nochmal Ich dachte, ich habe jetzt nochmal Nicht schnell genug Was wir auf jeden Fall mal beheben müssen, ist die, ähm, die Gebäude selber Wenn du manchmal jemanden im Gebäude erwischst, dann fallen die einfach durch Auch so bei der, äh, in Berlin ist das, glaube ich, mit der Brückenmission Äh, wo steht? Ach, den habe ich gar nicht gesehen Ach, Mist Hab dieses riesengroße Schiff da nicht gesehen Peinlich Uh, aber vielleicht können wir Jagd auf den machen Das wäre geil Das würde mir jetzt gefallen Den Kachi kaputt zu machen Gerade hier mit der Bazooka Der bin ich zwar noch nicht so ganz warm geworden Aber das kriegen wir auch wie hin Erstmal raus aus dem Explosionsradius Jetzt hoffe ich, dass ich diesen Kachi da irgendwo finde Hier würde ich nämlich gerne so eine Rakete reindrücken Okay, da ist der Turm auf jeden Fall schon Ja, das Ding hat jetzt sehr viel Hohlraum, ne Da musst du echt aufpassen, wo du hinschießt Äh, was war denn das? Ach, Manno Dann haben wir noch mal in Ruhe Na komm, wir haben ja die Panzerbüchse Äh, du bist nicht der mit der Panzerbüchse Komm schon Gib mir ne Granate Die Punkte will ich noch haben Oh, Bombe Oh, Mann Ha Ein krönender Abschluss, würde ich sagen Jo Das war Okay Also ich denke, ihr habt zumindest schon mal gesehen Ähm Ist das ein anderer Spielstil Weil halt alle So viele geile Waffen halt haben Und ähm Es knallt in allen Himmelsrichtungen Ach doch, 25 Minuten Ich dachte, das wird kürzer Und das Coole ist bei dem Event Eure Einheiten Wie sag ich mal Einheiten? Eure Trupps oder eure Squats Leveln halt trotzdem, ne? Das finde ich eigentlich ganz geil Du kriegst zwar keine Kampagnenpunkte Wie auch, macht ja auch keinen Sinn Aber das funktioniert schon mal Und echt vorletzter geworden, ne? Und der ist rausgegangen Also letzter auch noch Ha Ist das bitter Das ist ganz bitter Okay Jo Passiert Jetzt haben wir hier so eine Belohnung bekommen Können ja mal kurz gucken Ähm Hier in der Logistik ist das Ja, jetzt kann man das Soweit ich weiß, hier Und wir bekommen Hm Schon wieder Okay Gut Das Beste, was ich glaube ich Bis dahin bekommen hatte, war Ähm Silberne Waffenbefehle Die hatte ich auch gebraucht Die waren ganz cool Ja, ein Anstrich Verbesserung und sowas Es ist Es ist ein kleines, kurzes Event Von daher ist die Belohnung völlig okay Ähm Jo Also Das war's dann für die heutige Folge Und ich Wie gesagt Beim nächsten Mal Ähm Guck mal, ob wir Das wäre dann nochmal Als die Japaner anschauen Falls das High Caliber Update Dazwischen kommen sollte Weil das ja wahrscheinlich Nur um Dezember kommen sollte Ähm Wird sich die Folge dann Ein nach hinten verschieben Dann halt, ne Aber das ist ja nicht so schlimm Da verpasst mir nichts Also bis dahin Macht es gut Ciao